Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wir haben uns heute hier versammelt, um die große Auslosung zu starten. Wie ihr gesehen habt, unser Adventskalender auf unserem Instagram-Account ist veröffentlicht. Ihr habt alle fleißig geschaut und geliked und heute geht es darum zu erfahren, wer wird ein Interrail-Ticket gewinnen. Und wir sitzen hier zusammen als eure Glücksbringer. Wir haben Anke aus Prag. Hallo Anke. Hallo. Amelie aus Budapest. Hallo Amelie. Hallo. Und ich bin auch aus Budapest für euch mit dabei. Wir haben das Glücksrad dabei und wir werden mal schauen, wer jetzt den großen Gewinn mit nach Hause nehmen kann. Ihr seht, neben Amelie haben wir unseren Adventskalender nochmal an die Wand projiziert. Zwei Fensterchen, zwei Türchen sind markiert. Ihr seht es. Genau. Das sind Beiträge, die ganz zauberhaft sind und die auch im Kalender veröffentlicht worden sind. Allerdings erfüllen die beiden Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht die Voraussetzungen für unsere Verlosung und sind daher auch nicht im Glücksrad dabei. Dennoch ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Wir sind ganz stolz auf euch. Und jetzt schauen wir mal, was das Glücksrad sagt. Ja, unser schönes Glücksrad hat entsprechend nur 22 Felder und es dreht sich zum ersten Mal jetzt. Es ist die 17. Amelie, zeig uns, was ist das Bild Nummer 17? 17. Stülchen 17 ist das hier. Herzlichen Glückwunsch nach Ungarn. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist die große Frage, wer gewinnt den zweiten Preis? Glücksrad, bitte dreh dich. Es ist die 20. Die Nummer 20, Amelie. Welches Bild ist das? Klöchen 20 ist das hier. Super. Herzlichen Glückwunsch nach Polen, nach Zemorsk. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wird es super spannend. Wer gewinnt den ersten Preis? Unser Hauptgewinn. Glücksrad, bitte dreh dich noch einmal. Die Glückszahl 13. Fantastisch. Der erste Preis geht wohin, Amelie? Welches Bild gewinnt? Platz 13. Platz 13. Der erste Platz ist das hier. Herzlichen Glückwunsch nach Gjö in Ungarn. Super. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr. Ihr bekommt von uns eine Nachricht, wie das mit dem Gewinn genau funktioniert. Wir werden euch eine E-Mail schreiben, wünschen euch jetzt noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und denken an euch und freuen uns auf das nächste gemeinsame Jahr mit euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten.